Kuckuck, 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 hallo, hallo, ich bin Wario und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Wario World und ja, es ist lange her, als ich hier zum letzten Mal gespielt habe, das Video wird kurz darauf erscheinen, erfolgen, erscheinen, so und ich weiß nicht, wie weit wir sind, also schauen wir doch einfach mal, wir haben vier Kristalle, Wario, fehlen noch zwei Arme und ein Bein, was war das untere Teil nochmal, oje, uns fehlen noch zwei Wichtel, drei Schätze haben wir auch schon, okay, dann werden wir mal gucken, ob wir dieses Level in diesem Part beenden, hat er schon lang genug Wartezeit beansprucht, aber, her damit so, Geld wollen wir natürlich auch, Kohle, 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 Kohle haben wir hier schon, kann ich mich gar nicht mehr erinnern, tut mir leid, wenn ich mich jetzt vielleicht dumm anstellen sollte Bams, Bams, Bams und Wumms, Bams, Bams und da kommen wir natürlich nicht drüber war ja, sowas von klar hey, komm her, dankeschön so, also das haben wir schon aktiviert gehabt, aber anscheinend haben wir noch einen Schatz irgendwo so, dann gehen wir hier wieder lang gehen wir mal über das Ding, ich glaube, da waren wir aber schon überall, soweit das waren wir auch schon okay dann lassen wir es doch mal dabei Bams das geht doch alle in Ruhe nein oder? ah, komm her damit komm, mach nochmal, nochmal geht das auch ein bisschen schneller dankeschön so oh ihr kleinen Skelette, ihr, ihr seid so nichts zu gebrauchen okay oh nein äh, wie macht es nun mal oh je oh oh nee komm her, gib den Drottel äh fliegt nochmal hin na klasse was war denn das ey 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 nicht mich abschießen ah komm, komm, steh auf oh das gibt's doch nicht game oh what was 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 ja, ich will fortsetzen wir kriegen Kohle verloren äh, ja aber dafür ist die Türe offen wow okay, hoch da da ist die Truhe, die wir suchen ein weiterer Schatz so wie machen wir das mit der Tür ouch ne, ich kann nicht rüber gucken hoch da hoch da ja, danke hi du kriegst einfach die Spacken rechtzeitig schnell zu springen so aber jetzt darüber und einmal eine Stammfahrtate so nein ach so komm jetzt her will ich jetzt mal ach so das ist da hinten okay aber hallo okay da brauche ich auch nicht unbedingt das dagegen zu schmeißen ich kann auch so komm mal her was hast du mir zu sagen ach ja ja, sobald die Monsterzentrifuge Zentrifuge mein Gott ordentlich am rotieren ist springt die Autorotation an ah ja weiß ich denke ich jedenfalls dann rotierst du selbstständig weiter selbst wenn du den Konsors loslässt und kannst dich sogar währenddessen bewegen hier macht es doch nichts aus wenn ihr schwindelig wird oder Mario den Fettzack wird doch nie schwindelig oh ich weiß nur nicht wie er wieder funktioniert ey komm kann ich den nicht aufnehmen oh das ist nur ein Silber na ich glaube die brauchen nicht so viel jetzt komm her du oder ich irre mich total und bin gleich down alter wie so bin ich gleich down okay wahrscheinlich so ein Brammer besser als sonst und dann mal da hallo runter oh okay ich hoffe ach du scheiße und das war's schon oh mein Gott man merkt dass ich oh drei Monate nicht mehr gespielt habe drei Monate ernster witz du mich verarschen hä jetzt kommt das ding wenn nicht wenn es sowieso schon vorbei ist äh super das heißt voll gebracht wieder raus hier so was fehlt uns noch drei davon ein Wichtel vier Pets Schätze ich hoffe natürlich wir finden alles und da ist schon der nächste Schatz dann irgendwann oh nee oh oh alter arbeiten die schon zusammen oder was okay diese Ramattacken machen mir dann okay Kohle 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 oh oh da will ich aber noch nicht rein erstmal das da weißt du früh nö nö ähm ich hab Angst da runter zu gehen danach abin dreht mir die Hälfte drum geh ich nochmal zurück ansonsten müssen wir halt hier um Gottes Willen schneiden so schon wieder da der grüne schatz der weiß nicht wo der ist vielleicht wieder zurück aber ich denke es weniger ich denke da zu viel glaube ich immer schon da sind kommen zweimal normal gepärduch handfunsel dankeschön komm raus davario dankeschön und dann gehen wir halt noch mal da hoch ich habe irgendwie so das gefühl leicht seichte gefühl dass irgendwas vergessen haben aber ich weiß auch eigentlich nicht dass ich so ein viereck gesehen haben sollte wo die schätze dann erscheinen nein das war super okay dann gehen wir nicht mehr da lang ich glaube da war nichts und wenn dann haben wir pech gehabt ach wir können noch links lang genau das habe ich fast vergessen mach diese rammattacke nein nicht in die richtung sondern wario diese richtung okay okay hier ist nichts hier ist nichts wir suchen uns hier dumm und dämlich wieder hoch komm her du dankeschön die werbe zentri füge war das moment ist noch kisten aber ich glaube die bringen uns hier nicht rechts kommen wir auch nicht bleibt wohl nichts anderes übrig als hier rein zu springen oh will ich mich verarschen wo sind die großen hallo ich bin große ach da sind sie ja komm schnell der wirbel naja wirbel wirbel komm nochmal wirbeln das war's okay naja haben wir schon ein bisschen was bekommen so links ist nichts aber da lassen wir jetzt mal den schein nicht drüben und gehen auch mal daran aber auch hier ist nichts aber auch hier ist nichts aber hier geht's weiter willst du mich verarschen willst du mich verarschen was sind das für Viecher also hier hoch müssen wir machen wir es halt zu war noch irgendwo einer oder zwei so jetzt gib mir das ding das ist doch irgendwie schieben können verdammt habe ich was wichtiges vergessen zum tappel komme ich da hinten also lassen wir einfach oh ne sind die schon wieder da ne wie war das keine ahnung mehr ne quatsch ich muss einen in die hand nehmen ich muss diesen wirbel da machen ey 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 so rum das war falsch komm her jetzt so das ist aber jetzt so rum nein will ich mich will ich mich jetzt verteufeln oder was okay wir kommen doch noch hoch also da ist schon mal Rätsel Nummer 1 dieses Schätzchen so gut ich denke mal wir müssen hier lang ah Gott sei Dank okay alles doch noch nach Plan äh ein kleines Rätsel also fangen wir doch mal hier an gehen hier weiter und fangen da dann wieder hier ah das ist schwierig das ist schwierig clever alter okay das wollte ich eigentlich nicht aber glaube wir haben alles stehen noch zwei Lebensdinger zwei Kristalle was waren das unten nochmal uns brauchen noch drei und drei Schätze und ein Wichtel ach jetzt muss man sich ja da hoch hm was ich hab doch gar nicht losgelassen ach man willst du mich verarschen so weiter nochmal halt dankeschön und wieder keiner oh je komm her kommt doch mal jemand ich will doch nur mal jemand so äh wollt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen damit ich in Ruhe meine Arbeit machen kann ich will stinkreich werden falls ihr das euch das was von begriff ist so hoch da nur noch mal zur sicherheit hier gucken damit wir dass wir nichts vergessen haben wenn man da oh da komm mal hoch ach du scheiße sag mal mal wollt ihr mich verarschen scheiße mache ich den gleichen das gleiche nochmal da ging es ja nicht weiter es kommt davon wenn man alles haben möchte es sind immer maximal 25 Drehungen oh ok hab ich jetzt auch geschnallt so dann lassen wir uns nochmal von den Dingern hochziehen ey was was ist denn das also kann man sich nicht hochziehen lassen das ist eine unsichtbare Wand oder was tatsächlich wird von dem verquetscht werden Nintendo 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 da hättet ihr aufpassen müssen keine unsichtbaren Wände keine Alpha Wände ja das hat weh getan oh wie war denn das nochmal wie soll man den nochmal freimachen ach so natürlich mit dem Fisch oh je ich bin gleich down mega so jetzt oh ne nicht rutschen und das war's schon scheiße ich schaffe nicht mal den anfang ich könnte mich totlachen so ne warum hat sie jetzt die Kamera bewegt hey nein nicht schon wieder irgendwie so ein komischer Bug nein was sag mal schaffe ich den Sprung überhaupt toll noch dankeschön da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber da rüber so sonst können wir dann jeder nicht hoch oh jetzt rutscht er natürlich ich bin immer festen Boden unter den Füßen gewöhnt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott das ist doch peinlich was ich hier abziehe wir können auch einfach hier draufstehen und uns sie drehen lassen das ist glaube ich die einfachste Variante oder auch nicht das ist die haben wohl nachgedacht mitgedacht die Entwickler äh dreht sie es jetzt doch noch in die Richtung oder was ne es hat es wieder aufgehört so dann versuchen wir hier diagonal gut jetzt lassen wir uns warten wir ich habe alle Zeit der Welt jetzt war der Part wieder länger aber gut schüttel interessiert ist mich sei denn ihr habt was dagegen du ihr soll ich duzen soll ich plural oder singular so damit wären nur noch eins von jeweils beidem aber genau sagt einfach mal eure Meinung dazu ob ihr das so wollt oder nicht dass sie länger sind oder kürzer oder euch egal ist ich bin ja immer der Typ der lange folgen gerne in Anspruch nimmt ah man ist das ein bisschen gewitzt gemacht hier müssen wir erst auf dieses Ding drauf glaube ich sonst wird das nämlich nichts so und jetzt hier lang ey jetzt springt er oben drüber willst du damit verarsche jetzt oder was ja das kann sich nur um Stunden handeln und wer jetzt runter fliegt dann um Tage weil wenn ich es jetzt nicht schaffe dann ist es wirklich peinlich gut nicht peinlich na gut die Strahlen sind aha ich habe schon gedacht was ist denn jetzt los was was ich hoffe ihr habt es jetzt nicht gesehen ansonsten habt ihr ein schwarzes Bild gesehen ach du Scheiße ich weiß nicht wieso was jetzt gerade los war der Monitor war nämlich jetzt gerade schwarz ok dann holen wir uns den Schatz Statistik 2 1 1 1 das könnte sogar hinhauen und schleuder deine Freunde weg so dann müssen wir noch dieses eine äh den einen Schalter finden der hier ist ok dann wissen wir nur noch einen Schatz nicht den haben wir zumindest nicht gesehen Mist oh die sollten wir auch mal wieder erfinden öfters gut ja ja ich gucke mir immer die Statistiken an bevor ich hier weitermache aber die sehen eigentlich ziemlich richtig gut aus oh aber meine Skill meine Skill 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 meine Skill Werte sind äh warum rennt der einfach los ich habe doch A gedrückt äh meine Skill Skill Statistik sind zu viele S ich mag keine S ähm ist jetzt rutscht der da noch runter möchte mich jetzt echt vergag eiern ähm ist im Keller so aber jetzt bleibst du hier oben dann springen wir hier drauf und springen da drauf und gehen da runter na ich sterb noch wieder na nein falsche Seite scheiße ach da müssen wir nach links das ist echt krass dass ich mir nichts merken kann so aber jetzt erstmal so weit vorletzter Schatz ist eine äh goldener Helm anstatt ein silberner super ja komm danke ja ich weiß schon wo so ein Ding nochmal ist aber gib mir dieses Ding okay da kann ich so weit schießen jetzt habe ich fast schon gedacht das war der Schalter das war clever gemacht wenn man sie nicht dran gedacht hat dann wäre man vorbei da wäre Schatz Nummer letzt Schatz Nummer letzt aber ich mache mir wirklich Sorgen um mein Leben Himmel hinterm Zieltor ist Baby Rabiat am Start er schwebt durch die Luft da ist er nicht so einfach zu treffen am besten rückst du ihn mal per Salto Sprung auf die Pelle drücke dazu während der Tempoattacke den A-Knopf ähm okay und ja Alpha Mauer okay da unten ist der Schalter aber ich mache mir ums Leben Sorgen die Typen brauche ich gell erstmal alle so weit mal wieder machen hallo ah ich kann nicht springen während des so jetzt lauf da hin komm schnell und wieder nee das war richtig und da ist auch der letzte so aber jetzt wir brauchen dich so dann mal ein Megastampfer ich glaube die fallen runter nein ich komme mir fast zu einfach vor aber ich wette ich fliege gleich runter also es war zu einfach alle das waren auch alle hm so jetzt müssen wir da rüber mit einem halben Herz das ist ja krank also da kommen wir niemals rüber dann machen wir nochmal eine extra Runde extra Runde bla 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 nein nein will ich mich jetzt nein weg da weg da weg da oh mein Gott oh mein Gott voodoo 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 So, dann müssen wir da hoch. Ich will jetzt dringend leben. Dringend leben. Ich brauche Leben. Ich bin da sofort danach gesp... Nice. 200 Münzen. Und ich wäre wahrscheinlich da gar nicht hingekommen. Ja, da will mich einer wohl verarschen. Hey. Das Spiel verarscht mich auch. Bin mir nochmal sicher. Ein Schatz. Und das ist der eine da. Und wie kommen wir da dran? Ich weiß nicht mehr, was das für ein... ...Gegner-Bonus nochmal war. Nein. Jetzt ist... Ich brauche einen großen. So. Nein. Ich höre immer zu früh auf mit diesem Drehen. So, aber jetzt. Es wird ja wohl nicht so schwer sein. Da hoch zu kommen. Wir haben jetzt 33 Minuten. Krank. krank, 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 krank. Äh. Dieses Rumgekrabsel. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh. So. Jetzt... ...muss man halt einen anderen Weg finden. Ich glaub langsam... Ich will immer die irregulären Wege nehmen. Die total komplizierten. Und dann... ...gibt's so ein einfache... ...eine so einfache Lösung. Und das macht echt... ...ja. Da geht's runter, gell? Und ich hab's... ...ne, oder? Letzter Schatz. Alle Schätze. Ihr habt das gesehen. Oh, ich... ...schätze immer diese Distanzen... ...diese 3D-Distanzen immer falsch ein. Was ist da oben? Äh, ich will nicht runterfallen. Keine Ahnung. Aha. Ach, das ist... ...dann gib her. Wenn ich noch mal sterbe. So. Boss. Okay. Fieser Cut. Fieser, fieser Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... ...ja, auch wenn's schon lange wieder her war, dass hier ein Part gekommen ist. Aber der Part war jetzt doch richtig lang. Und... ...war viel Action und... ...Skill bei mir, ja. Egal. ...im nächsten Part werden wir... ...wohl... ...weiter mit dem Boss machen. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Da wird's abgehen. Und dann werden wir auch herausfinden, ob wir wirklich alles gemeistert haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war doch mal wieder eine Folge mit der Superlative, wenn man sich mal die Zeit anschaut. Und ja, habt, wenn ihr es gemerkt habt, am Anfang des Videos gab's einen neuen Banner mit dem Kommentar und meinem Namen drauf. Fast meinen Namen. Und ja, könnt euch mal die Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, der Überlängen-Part, wenn's so weitergeht, dann lange Folgen für immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.